Nintendo Big News. Die Sensation des Jahres. Der Super Game Boy ist da. Have more fun. Der heißt Super Game Boy. Das ist absolut neu. Die Nintendo Sensation des Jahres. Mit dem Super Game Boy kannst du alle Game Boy Spiele auch auf dem 16-Bit Super Nintendo spielen. Du traust deinen Augen nicht. Alle deine Game Boy Spiele erscheinen jetzt vielfach größer auf dem TV-Bildschirm und in Farbe. Und es geht ganz leicht. Steck einfach dein Game Boy Spiel in den Super Game Boy. Und dann den Super Game Boy in die Super Nintendo Konsole. Ist doch wie Zauberei, oder? Wie heißt das? Super Game Boy. Der Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Denn damit kannst du deine Game Boy Spiele ganz groß und bunt erleben. So sieht das Spiel mit dem Game Boy aus. Und so mit dem Super Game Boy. Vielfach größer und in Farbe. Ich kann wieder meinen eigenen Rahmen gestalten. Entweder suchst du dir einen der neun vorprogrammierten Spielspaßrahmen aus, oder du gestaltest ihn nach deinen eigenen Wünschen. Und wenn du den Controller eine Zeit lang nicht bedienst, dann wirst du eine Überraschung erleben. Ich kann auch meine Maus benutzen. Und damit, oder mit dem Controller, die Farben selbst bestimmen. Viele Farbkombinationen sind automatisch gespeichert und sekundenschnell abrufbar, wie es dir am meisten Spaß macht. Zum Beispiel kannst du das Farbpaletten-Symbol anklicken und zwischen 32 tollen Farbkombinationen wählen, die bereits gespeichert sind. Wenn dir diese Farbkombinationen nicht ausreichen, kannst du auch deine eigenen gestalten. Klick einfach das Farbgestaltungssymbol an und lass deiner Kreativität freien Lauf. Mit 364 Farben zum eigenen Kombinieren kannst du jedes deiner Game Boy Spiele nach Lust und Laune einfärben. Oder du willst einen der neuen gespeicherten Rahmen einspielen. Kein Problem. Einfach das Rahmensymbol anklicken. Fertig. Vielleicht willst du aber auch deinen Spielspaßrahmen selbst gestalten. Klick einfach das Graffiti-Symbol an und du kannst deinen Rahmen mit den schönsten Graffitis bemachen. Da macht das Spielen noch mehr Spaß. Der Super Game Boy macht's möglich. Deine Game Boy Spiele in Farbe im großen TV-Bildschirmformat. Das heißt, vielfach größer als vorher. Und in variablen Farben. Mit Super Stereo-Symbol. Stell dir vor, was das bedeutet. Über 100 Game Boy Spiele. Vielfach größer, bunter, schöner. Du findest den Super Game Boy sicher auch ganz toll. Und du hast die Wahl zwischen zwei Super-Angeboten. Du hast schon einen Game Boy? Und ein Super Nintendo? Dann fehlt dir nur noch der Super Game Boy für den absoluten Spielspaß. Damit du all deine Game Boy Spiele immer wieder zu Hause oder unterwegs spielen kannst. Und der 76-seitige Super Game Boy Spieleberater mit vielen Tipps und Tricks ist gleich dabei. Die Sensation des Jahres. Jetzt gibt es die Verbindung zwischen der Welt des Game Boy und der Welt des Super Nintendo. Super Game Boy. Du hast schon ein paar Game Boy Spiele? Jetzt kannst du sie alle auch auf dem Super Nintendo spielen. Mit dem Super Game Boy. In Farbe, mit Stereo-Sound und auf dem großen TV-Bildschirm. Spiel deine Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo. Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Nintendo Have More Fun. Oder du brauchst das More Fun Set, wenn dir noch das Super Nintendo mit seiner 16-Bit-Power fehlt. Im More Fun Set bekommst du alles in einem Komplettset zum Superpreis. Die 16-Bit-Super Nintendo-Konsole mit Hightech-Controller und das ultimative Super Nintendo-Abenteuerspiel Super Mario World. Den Super Game Boy als Adapter, damit du alle deine Game Boy Spiele vielfach größer und in Farbe auf dem großen TV-Bildschirm spielen kannst. Und den Super Game Boy Spieleberater als tollen Ratgeber für maximalen Spielspaß. Das ist die Superspiel-Spaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 Mal größer und in Farbe. Und mit Super Stereo-Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit-Power. Und der absolute 16-Bit-Super-Hit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set. Ein völlig neues Spielerlesnis. Nintendo. Have more fun. Jetzt kann der Spaß losgehen. Und wenn du das Super Nintendo schon besitzt, kannst du jetzt auch alle exklusiven Game Boy Spiele darauf spielen. Du brauchst nur noch einen Super Game Boy dazu. Das ist cool. Super Game Boy. Das muss ich haben. Super Game Boy. Super Game Boy macht's möglich. Jetzt kannst du all deine Game Boy Spiele auch auf dem Super Nintendo spielen und ganz neu erleben. Das ist eine echte Sensation. Vielfach größer auf dem großen TV-Bildschirm. In Farbe. Mit eigener Farbwahl. Mit selbstgestalteten Spielspaßrahmen. Und in Super Stereo-Sound. Das ist sie. Die Nintendo Big News. Have more fun. Mit dem Super Game Boy und dem More Fun Set. Nintendo. Have more fun. Nintendo presents so großartig wie noch nie die Hardware-Neuheiten. Der Super Game Boy inklusive Super Game Boy Spieleberater. Damit kannst du alle Game Boy Spiele auch auf dem Super Nintendo spielen. Vielfach größer auf dem großen Fernsehbildschirm. In Farbe und mit Super Stereo-Sound. Und bei den Super Game Boy Spielen wie Donkey Kong stehen dir sogar bis zu 364 Farben zur Verfügung. Die Sensation des Jahres. Jetzt gibt es die Verbindung zwischen der Welt des Game Boy und der Welt des Super Nintendo. Super Game Boy. Du hast schon ein paar Game Boy Spiele? Jetzt kannst du sie alle auch auf dem Super Nintendo spielen. Mit dem Super Game Boy. In Farbe. Mit Stereo-Sound. Und auf dem großen TV-Bildschirm. Spiel deine Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo. Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Nintendo. Have more fun. Das More Fun Set mit allem was dazu gehört. Der ideale Einstieg in die Welt des Super Nintendo. Das ist die Super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 Mal größer und in Farbe. Und mit Super Stereo-Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit-Power und der absolute 16-Bit-Super-Hit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set. Ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo. Have more fun. Hochexplosiv. Das Super Nintendo Street Fighter 2 Action Pack. Das ist Action pur. Mit der Super Nintendo 16-Bit-Konsole. Mit Hightech-Controller und dem Mega-Hit Street Fighter 2. Brandneu. Die Sonderausführung mit Game Boy, Tetris und vier Batterien. Da hast du alles in einem. Für super Spielspaß. Zu einem super Preis. So genial wie noch nie. Die Software-Neuheiten von Nintendo. Donkey Kong Country. Absolut sensationell. 32-Bit-Qualität auf dem 16-Bit-Super-Nintendo. Das heißt, absolut unglaubliche 3D-Animationen. Absolut lebensechte Bewegungsabläufe. Und absolut fantastische Licht- und Schatteneffekte. Entdecke über 100 Levels mit tonnenweise versteckten Bonus-Levels. Donkey Kong ist der King of the Jungle. Super Street Fighter 2. 32 Megabit geballte Action. Neben Donkey Kong Country das umfangreichste Super Nintendo-Spiel überhaupt. Mit vier neuen Herausforderern und neuen Kampftechniken für alle bisherigen Street Fighter. Mit komplett überarbeiteter Grafik. Mit tollen Animationen und bombastischem Stereo-Sound. 94 Spielspaßpunkte laut Maniac 9,94. Stunt Race FX. Mit dem neuen, doppelschnellen Super FX-Chip. Ein unglaublich intensives Real-Time 3D-Racing-Erlebnis. Für zwei Spieler gleichzeitig. Splitscreen-Technik im Zwei-Spieler-Modus. Vier Renn-Modi. Fünf verschiedene Racing-Cars zur Auswahl. Videogames 8,94 vergaben 92 Spielspaßpunkte. Mal sehen. 200 in der geschlossenen Ortschaft. Drei Autos gerammt. Ist das deine Kiste? Fahrerflucht! Kein Typ. Und du hast den Blinker nicht benutzt. Ich fürchte, das hat Folgen für dich, mein Sohn. Stunt Race FX mit dem neuen Super FX-Chip. Fünf verschiedene Autos. Splitscreen für zwei Spieler, vier Spiel-Modi. Das absolut verrückte Autorennen. Super Metroid. Das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 Mac. Größer als Zelda. Überraschender als Mario. Fesselnder als jeder Kino-Thriller. 95 Spielspaßpunkte. Gäbe es einen Oscar für das packendste und spannendste Videospiel, wäre Super Metroid für das Super Nintendo Kandidat Nummer 1. schreibt Maniac in seiner Ausgabe 794. Nintendo Presents. Super Metroid. Das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 Macs, die unter die Haut gehen. Sechs gigantische Welten. Nur für Super Nintendo. Secret of Mana. Mit diesem Spiel setzt Nintendo auch in immer beliebter werdenden Rollenspiel-Genre neue Maßstäbe. Ein gigantisches 16 Megabit-Abenteuer. Du musst das Geheimnis des Baumes von Mana entdecken und tausend Gefahren bestehen. Für drei Spieler gleichzeitig mit 76-seitigem Spieleberater, batteriegestütztem Speicher und deutschen Bildschirmtexten. In einer längst vergessenen Zeit, in einem unbekannten Land, wo Friede herrschte, bis eine böse, hinterlistige Macht alles zerstören wollte, bist du der Einzige, der die Ordnung wiederherstellen kann. Aber du brauchst die Hilfe deiner Freunde und die Macht des Schwertes von Mana. Das erste Action-Rollenspiel für drei Spieler gleichzeitig. Ein Abenteuer ohne Ende. The Secret of Mana. Nur für Super Nintendo. Die Schlümpfe. Schlumpfe sich wer kann. Die Schlümpfe sind los. Nach Comics und im Fernsehen jetzt auch auf den Super Nintendo. Mit fantastischen Grafiken und schlumpfigem Soundtrack. Eine echt schlumpfige Angelegenheit. Mit fünfsprachigem Bildschirmtext zur Auswahl. Bis Ende Januar 95 exklusiv bei Nintendo. Hey, ihr Schlümpfe. Wisst ihr schon das Neueste? Schlumpf schon los. Euch gibt es jetzt exklusiv als Nintendo-Spiel. Was? Das muss ich sehen. Hallo, wo seid ihr? Das sind ja wir. Im Dorf, im Wald, auf dem See. Mit tollen Grafiken und schlumpfigem Soundtrack. Und das auf allen drei Systemen. Schlumpfig. Die Schlümpfe als Videospiel. Neu und nur bei Nintendo. Donkey Kong. Das ist doppelter Spielspaß. Das erste Gameboy-Spiel einer neuen Generation. Speziell für den Super Gameboy entwickelt, aber auch normal auf dem Gameboy zu spielen. Mit 96 neuen Levels und Superfarben auf dem großen TV-Bildschirm. Ein irrer Gorilla-Spaß. Videogames 994 vergab 90 Spielspaßpunkte. Also, jetzt zeig mir die Bestie, die dich so zugerichtet hat. Der neue Donkey Kong ist da. Super Action auf fast 100 brandneuen Leveln für den Gameboy. Und in Superfarben mit dem Super Gameboy. Neu, nur von Nintendo. Donkey Kong für Gameboy und Super Gameboy. Varioland. Die aktuelle Nummer 1 der Nintendo Top 10. Hier ist das Böse gut und Gold noch besser. Denn hier spielt Wario die Hauptrolle. Verbissen kämpft er gegen Mario. Denn er will unbedingt sein Schloss haben. Ein super Spiel mit batteriegestütztem Speicher für jede Menge Action. Wario. Du bist Wario. Du wadest in Gold und kämpfst gegen böse Piraten. Und dann verwandelst du dich in einen Jet oder spuchst Feuer. Denn du bist der böse Wario. Wario Land in Super Mario Land 3. Neu für den Gameboy. Das macht sogar viel Spaß. Die Schlümpfe. Nicht nur auf dem Super Nintendo, auch auf dem Gameboy und dem NES wird kräftig geschlumpft. Gegen den bösen Zauberer Gurgelhals, der drei Schlümpfe entführt hat. Eine irre Schlumpfgeschichte auf dem Gameboy. Und mit dem Super Gameboy auch noch entzückend farbenprächtig. Bis Ende Januar 95 exklusiv bei Nintendo. Das sind sie, die Nintendo Game & Watch Spiele. Anfang der 80er Jahre verbreiteten sie sich wie ein Lauffeuer. Hier sind fünf Game & Watch Spiele auf einer Gameboy-Kassette. Ball ist das Spiel für Jongleure. In Vermin kriegen die Maulwürfe eins aufs Haupt. Flagman verlangt ein phänomenales Gedächtnis. Manhole ist für Brückenbauer. Und bei Cement Factory ist Timing alles. Space Invaders Neu und bisher einmalig das Gameboy-Spiel, das Super Gameboy-Spiel und das Super Nintendo-Spiel zusammen auf einer Gameboy-Kassette. Klassische Spielhallen-Action für zwei Spieler, für zu Hause und unterwegs. Das sind sie, die Nintendo Hardware und Software News. Have more fun, immer und überall mit Nintendo. Ich weiß ande, die mir lebt.